Ja, liebe Leute, hallo zu diesem Video, dessen Titel ich etwas provokant in Anlehnung an ein bedeutendes kulturwissenschaftliches Buch formuliert habe, das auch im Mittelalter ansetzt und ja, vielleicht auch in gewisser Weise Ambiguitäten aufzeigt, wie ich sie hier gern ebenfalls etwas herauspräparieren möchte. Und ich will dazu ein Kapitel aus dem Dialogus Miraculorum, des Caesarius von Heisterbach, aus dem 13. Jahrhundert, näher anschauen und etwas analysieren. Dieses Kapitel befindet sich in der sechsten Distinktion über die Einfalt und es ist überschrieben mit, so wäre die Übersetzung, vom Dieb, der vom Galgen befreit wurde und erneut aufgehängt wurde, weil er seinen Befreier ungerechterweise angegriffen hatte. Am Anfang dieses Textes haben wir es mit einer eigentlich Alltäglichkeit zu tun, mit der die Erzählung beginnt. Sie handelt vom Diener eines Kanonikers, also eines Klerikers des Kölner St. Andreas Stifts, dessen Pfarrkirche sich hier im nördlichen Teil der Stadt befindet. Und dieser Diener ist im Begriff, den Kirchenzehend einzunehmen. Das ist, also der Name sagt schon, der zehnte Teil von Vieh oder Erntefrüchten, den die Pfarrangehörigen als eine Art Steuer an die Kirche abzugeben hatten. Und diese Grundabgabe wurde beim Pfarrer als dem Inhaber des Kirchenbeneficiums, also der Pfarrfunde, abgeliefert und der hatte davon wiederum einen Teil an den Grundherren abzugeben. Also hier an das Stift. Um welchen Zehend es sich genau handelt, also zu welchem kalendarischen Anlass er zu liefern war, erfahren wir dabei nicht. Ich zeige hier eine Illumination aus dem Sachsenspiegel, die von oben nach unten verschiedene Abgabenarten zeigt, den Lämmer zehnt, den Baum- und Weingarten zehnt, den Fleisch zehnt, den Korn zehnt und den Gänse zehnt. Ganz unten ist zu sehen, wie zudem Geldabgaben geleistet werden. Ob es sich im beschriebenen Fall also überhaupt um Naturalabgaben handelt, muss offen bleiben. Jedenfalls dürfte es im Köln des 13. Jahrhunderts schon üblich gewesen sein, dass wenigstens ein Teil der Zehnten, statt in Naturalien beglichen zu werden, in Geldzahlungen umgewandelt worden ist. Bei deren Eintreibung kommt unser Protagonist nun an einem Galgen vorbei, an dem gerade eine Hinrichtung stattfindet. Das war natürlich schon weniger banal. Cäsarius berichtet in den zwölf Distinktionen, zwar von zahlreichen Hinrichtungen, aber konkrete Zahlen für das Hochmittelalter abzuschätzen, ist schwer und quellenmäßig eigentlich nicht wirklich seriös durchführbar. Von den späteren Dimensionen der beginnenden frühen Neuzeit waren sie sicher noch weit entfernt, wenngleich sich für die Bewohner Kölns, das im 13. Jahrhundert auf eine Einwohnerzahl von 40.000 zuging, nicht so selten gewesen sein dürften die andernorts. Allerdings lässt sich unter einer Long-Duré-Perspektive doch seit dem 12. Jahrhundert im Zuge der Gottes- und Landfrieden ein neuerliches Aufkommen der Todesstrafe beobachten, die seit der späten Karolinger Zeit vergleichsweise selten verhängt und vollzogen worden war. Selbst für schwereren Diebstahl waren nur in Anführungszeichen Leibesstrafen umüblich. Viele Rechtstraditionen sahen für die erste Tat den Verlust eines Auges und für die zweite Tat den der Nase vor. Erst beim dritten Mal sollte der Täter gehängt werden. Als Kaiser Friedrich I., das ist Barbarossa, im großen Reichslandfrieden von 1152 anordnete, den Dieb zu hängen, wenn die Beute einen Wert von 5 Schilling oder mehr hatte, andernfalls sollte er geschunden und geschoren werden, so ist das durchaus als Bruch mit dem bis dato geltenden gemeinen Recht zu verstehen, reiht sich jedoch auch in eine Entwicklung ein, die etwa seit dieser Zeit gravierende Friedbruchfälle mit der Todesstrafe belegt. Darauf, dass es sich bei dem Delinquenten, den unser Protagonist am Galgen hängen sieht, um einen Dieb handelt, weist Caesarius bzw. weist in der Erzählung der Mönch hier im Übrigen, anders als in der Überschrift, nicht noch einmal gesondert hin. Das dürfte neben der Absicht der Redundanzvermeidung eine weitere Ursache haben. Der Galgen war nämlich die typische Diebesstrafe. Und übrigens, ich habe hier nicht versäumt zu gendern, auch im Wesentlichen für männliche Diebe. Dieben wurden stattdessen etwa erdrängt oder lebendig begraben. Das Erhängen galt nämlich, im Gegensatz zur Schwertstrafe, als unehrlich. Auch wenn es freilich noch andere Delikte gab, die mit dem Galgen bestraft wurden, etwa Betrug, Verrat oder bestimmte Formen des Friedensbruchs, so wurde er doch zum Hinrichtungsinstrument für Diebe schlechthin symbolifiziert. Auch im Sachsenspiegel, aus dem ich hier abermals eine Abbildung von der Hinrichtung, in diesem Fall eines Judens, zeige und der ja fast zeitgleich mit dem Dialogus durch Eike von Repko verfasst worden ist, heißt es lapidar, wie viel zitiert, den Dieb soll man hängen. Und ja, noch in Grimms Märchen ist der Dieb am Galgen ein stehendes Motiv. Hinter dieser Vorstellung stecken Überreste des Talionsprinzips, denn die Formen der Todesstrafe folgten der Unterscheidung von ehrlicher und unehrlicher Tat, hatten also spiegelnden Charakter. Und Diebschall galt eben als ein unehrliches Delikt. In seiner, ja wenig später auch von Thomas von Aquin explizierten Definition als bewusste heimliche Wegnahme und Aneignung einer fremden, beweglichen Sache, unterschied er sich vom Raub, der normalerweise das Schwert nach sich zog, durch das Merkmal der Heimlichkeit. Bereits Isidor von Sevilla im 7. Jahrhundert hat in seinen einflussreichen Etymologien das lateinische Fur, also das ist das Wort für Dieb, von Furvus beziehungsweise Fuscus hergeleitet, die dunkel bedeuten, denn der Dieb, so Isidor, nutze die Zeit der Nacht. Die Heimlichkeit und auch der beratene Mut, also die planmäßige Überlegung, machten den Diebstahl zu einer besonders verabscheuungswürdigen Straftat, die mit der besonders schimpflichen und schmachvollen Todesart des Erhängens geahndet wurde. Wenn auch bei Höherstehenden durchaus eine Begnadigung nicht ganz auszuschließen war, so waren es keineswegs nur die Armen, die sich an fremden Eigentum vergriffen und dafür zum Tode verurteilt wurden. Diebstahl ging durch alle Schichten und somit ist auch, außer natürlich dem Geschlecht, kaum eine nähere Charakterisierung des Delinquenten in dieser Geschichte möglich. Der anonyme Dieb nun, der hier am Galgen hängt, lebt offensichtlich noch, denn, wie der Diener sieht, ist er noch am Zucken, Palpitare. Cesarius geht auf diesen Umstand nicht weiter ein, aber ist das überhaupt möglich? Kann es sein, dass ein Mann am Galgen hängt und trotzdem noch am Leben ist? Dafür müssen wir uns mit der Hinrichtungsart erhängen, wie sie am Galgen in der Vormoderne durchgeführt wurde, etwas näher beschäftigen. Der verurteilte Dieb musste dabei gefesselt eine Leiter besteigen, manchmal wurde er auch mit einem Gurt hochgezogen. Der Henker legte dem Dieb die Schlinge um den Hals und stieß ihn von der Sprosse oder er stieg hinab und anschließend die Leiter um. Wenn alles gut ging, also der Knoten hielt und der Strick nicht riss, starb der Delinquent durch einfache Strangulation, d. h. durch Unterbindung der Blutzufuhr zum Gehirn, die erst zur Ohnmacht und binnen weniger Minuten zum Tod führte. Die rasche Tötung durch Bruch der Halswirbel, die wir heute etwa von der Vollstreckung der Todesurteile in den Nürnberger Prozessen oder von der Hinrichtung Saddam Husseins ganz selbstverständlich vor Augen haben, war eine englische Innovation des 18. Jahrhunderts. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit konnte es gerade bei einem kurzen Strick, bei einem zu kurzen Strick vorkommen, dass der Delinquent nur langsam erwürgt wurde. Der lange Todeskampf Coram Publico des am Galgen zuckenden Körpers, den es auch noch beim Rädern gab, diesen langen Todeskampf. Das war geradezu charakteristisch für die Bestrafung unehrlicher Verbrechen. Verstärkt wurde dieser Eindruck noch zusätzlich durch das Bild, das sich den Zuschauenden oftmals bot. Die tonisch-klonischen Krämpfe, die der tatsächlich bereits Ohnmächtige, strangulierte, verfiel, ließen sie annehmen. Er befände sich noch bei vollem Bewusstsein. Dass Gehängte noch Stunden oder Tage am Galgen überlebt haben, findet sich wohl deshalb auch in so manchen legendarischen Geschichten. All diese Umstände ließen es Caesarius für völlig plausibel und keiner weiteren Erklärung bedürftig erscheinen, dass dieser Dieb hier noch lebt. Daher, so die Geschichte weiter, konnte der Dieb den Delinquenten, er konnte der Diener, Entschuldigung, den Delinquenten erretten. Ohne einen erkennbaren äußeren Anlass tat er dies misericordia motus von Barmherzigkeit bewegt. Oder, wie die mittel-niederländische Übersetzung aus der Mitte des 15. Jahrhunderts sagt, der Warte beruert mit onfirmigheden. Doch war er dazu überhaupt berechtigt, diesen Delinquenten zu befreien? Naja, als Diener des Stiftskapitels von St. Andreas unterstand er mittelbar dem Kölner Erzbischof, der zumindest bis ins frühe 13. Jahrhundert noch uneingeschränkter Gerichtsherr in der Stadt war. Damit könnte er als ministerialer Beamter innerhalb des Stifts ein Begnadigungsrecht besessen haben. Dazu passt das Schwert, das Kennzeichen der Blutgerichtsbarkeit ist und mit dem er durch das Zerschneiden der Schlinge als äußerer symbolischer Handlung dieses Begnadigungsrecht ausübt. Wie dem auch sei, jedenfalls nahm er sich des Erretteten, aber offenbar an seiner Vitalität gehemmten Diebes auch noch fürsorglich an und Alata aqua refuquilavit, also belebte ihn wieder, indem er Wasser herbeibrachte. An dieser Stelle könnte die Erzählung abgeschlossen sein. Doch es passt nicht ins paranetische Konzept Cäsarius, wenn das hier das Ende wäre. Die Barmherzigkeit, die hier als christliche Tugend präsentiert wird, kann nicht aufwiegen, dass der Dieb ohne eigene fromme Leistung, beispielsweise durch ein Gelübde, künftig hin als Mönch im Kloster zu leben, errettet wird. Schließlich hat er nicht nur gegen die Rechtsordnung, sondern vor allem gegen das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen, verstoßen. Der Diebstahl als Eigentumsdelikt ist im Dialogus eindeutig negativ beurteilt und die göttliche Missbilligung verfolgt die unbußfertigen Täter häufig über den Tod hinaus, wie auch überhaupt der Dieb am Galgen in der christlichen Exempelliteratur etwa zum Gebrauch der Prediger häufiges Thema ist. So ist gleichsam notwendig, was in der Folge passiert. Wieder zu Kräften gekommen, verfolgte er seinen Befreier ins nächste Dorf und wurde da selbst abermals zum Dieb. Anders gesagt, er blieb die ganze Zeit ein Dieb und damit ein zutiefst unchristlicher Mensch, der weder Reue noch Besserung zeigt. Sein Opfer wurde ausgerechnet derjenige, der ihn vom Tode rettet hat. Denn er griff dem Diener in die Zügel von dessen Pferd, behauptete dies als seines und rief aus, der andere habe es von ihm gestohlen. Also mala pro bonis retribuens, er vergilt ihm Gutes mit Bösem, wir werden darauf zurückkommen. Berichtet wird nämlich weiter, dass die sofort von überall herbeilaufenden Leute, Wut entbrannt, ihn, den Diener, nun selbst an jenen Geigen führen wollten. Was hier beschrieben wird, ist ein sogenanntes Notgericht. Dieses konnte in solchen Fällen stattfinden, in denen ein Verbrecher auf handhafter Tat ergriffen worden ist. Das heißt, noch bei der Tatbegehung ertappt und durch den blickenden Schein, also augenscheinliche Indizien, überführt wurde. Der Angegriffene hatte ein Verhaftungsrecht, also er durfte den Angreifer festnehmen und vor dieses ad hoc zusammentretende Notgericht stellen. Das Ausrufen verweist dabei neben der anklagenden Funktion auch ikonisch auf das Landgeschrei oder Gerüft, mit dem sämtliche Einwohner, die sogenannten Schreimannen, zusammengerufen wurden. Sie konnten einen Notrichter wählen bzw. küren, wenn der Landrichter, also der ministeriale Beamte, der den Vorsitz im Gericht übertragen bekommen hatte, abwesend war. Den Angreifer erwartete er dann, ohne die Gelegenheit, sich verteidigen zu können. Deshalb wird hier auch hingewiesen auf sine audiencia, ohne ihn anzuhören. Die Todesstrafe und das Todesurteil wurde sofort vollstreckt. So hätte es auch dem Diener hier ergehen sollen. Doch der Plot nimmt abermals eine Wendung, denn die Bewohner, die der Hinrichtung des Gebets beigewohnt hatten, waren noch nicht vollständig heimgekehrt. Und als sie den Zulauf bemerkten, kehrten sie nur today, also durch die Eingebung Gottes, um und fragten nach dem Grund für seine beabsichtigte Hinrichtung. Es war also Gottes Wille, dass es dazu kam, zu dem, was im Notgerichtsverfahren eigentlich gar nicht vorgesehen war, dass der Angeklagte gehört wurde und sich verteidigen konnte. In seiner Verteidigung verweist der Diener nun dektisch auf seinen Beschuldiger. Er habe diesen Menschen da von diesem Geigen befreit und sie sollen sehen, wie unbillig er ihm diese Wohltat vergilt. Nochmal der mittelniederländische Text, der zitiert ihn mit den Worten, nu wiltat mei lonen mit quatat, also mit Bosheit. Daraufhin betrachten sie ihn genau und erkennen ihn als den Dieb wieder. Dadurch wird klar, dass der Leumund des Anklägers hier schlechterding so schlecht ist, dass die Anklage nicht standhalten kann. Nun wird wiederum dem Dieb seine neuerliche Tat zum Verhängnis, in dem nun er selbst wieder am Galgen aufgehängt wurde und zwar diesmal, bis er wirklich tot war. Das Fazit lautet, Liberatus ist Sanguis inoxius. Unschuldiges Blut ist errettet worden. Expliziert wird also der Umstand, dass der Protagonist nicht unschuldigerweise hingerichtet wurde und an dieser finalen Herstellung von Gerechtigkeit wird das Eingreifen Gottes nun sehr deutlich. Gehandelt haben hier nämlich eigentlich alle falsch und ungerecht. Der gegen das siebte Gebot verstoßene Dieb sowieso und wiederholt. Jedoch auch der Diener, der ihn befreit hat, obwohl er eben den Tod verdient hat und letzten Endes auch zumindest zeitweise die fehlurteilende Volksmenge. Der einzige, der am Ende durch seine Eingebung für Gerechtigkeit gesorgt hat, war Gott. Nur seinetwillen kehrten die Menschen zurück zum Galgen, entschlossen sich zu ungewöhnlichen, unkonventionellen Handeln, sodass die Geschichte einen guten Ausgang nehmen konnte. Der Diener wurde trotz seines frevelhaften Handelns, den Dieb vom Galgen zu lösen, schließlich gerettet. Dass die Rettung eines Verbrechers vom Galgen nämlich negative Folgen hat und deshalb unterbleiben sollte, war nach dem nach den zeitgenössischen Doktrinen nämlich eigentlich bekannt. Es geht unter anderem aus einer Fabel des Äsop hervor, die Ulrich Bohner ein reichliches Jahrhundert nach Caesarius in seiner bedeutenden Fabelsammlung der Edelsteine so erzählt hat. Ein Mann durchschritt einst den Wald und fand dort eine Schlange, die ein Hirte an einen großen Pfahl gefesselt hatte. Von Mitgefühl ergriffen, sagte er zu ihr, er wolle ihr aus ihrer Notlage heraushelfen und er band die also beinahe gestorbene Schlange los, gab ihr zu essen und ermöglichte somit ihre Genesung. Als sie wieder gesund war, legte sie sich jedoch um seinen Hals und verursachte ihm Schmerzen. Der Mann beklagt sich bei der Schlange darüber, dass sie ihm Gutes mit Bösem vergilt. Da haben wir also genau wieder diesen Ausspruch, den wir schon aus Caesarius Geschichte kennen. Die Schlange respondiert, sie handle recht an ihm, da sie sich schlechterdings wie jede Schlange verhält. Sie kann von ihrem Gift eben nicht lassen. Der Mann und die Schlange treten in der Folge vor einen unparteiischen Richter. In der Fabel ist das natürlich der Fuchs und, um das abzukürzen, der entscheidet, die Schlange sei erneut zu fesseln, wodurch sie schließlich stirbt. Dem Mann aber gibt er noch den Rat mit, dass es ihm zum Unglück gereicht, wenn er seinen Feind befreien will. Böhner berichtet im Nachklapp der Fabel, sozusagen im Lehrteil von einem Sprichwort. Wer ab dem Galgen löst den Dieb, danach hat er ihn nie mehr lieb. Und das fehlt, ich habe das mal ein bisschen recherchiert, in kaum einer deutschen Sprichwortsammlung. Im Italienischen heißt es Kitis Pica, Limpicato, Coltempo, Limpicato, Impica Lui. Also wer einen Gehängten abnimmt, den wird der Gehängte später hängen. Ähnliche Aphorismen finden sich auch im englischen, französischen, niederländischen und lateinischen. Diese Fabel ist vom Plot her so auffällig konkurrent zu Caesarius' Erzählung, dass ein Zufall ausgeschlossen werden kann. Und da seit dem 9. Jahrhundert Handschriften mit esopschen Fabeln überliefert sind und es auch an Rezeptionszeugnissen in den Klöstern nicht mangelt, müssen wir davon ausgehen, dass er die Geschichte kannte und dass sie sein Kapitel gleichsam präfigurierte. Sind solche Erzähltraditionen und prägenden Denkweisen fester Bestandteil der intersubjektiven Weltanschauung und damit des kulturellen Gedächtnisses einer Gesellschaft, fungieren sie allgegenwärtig als Interpretamente konkreter kontemporärer Ereignisszusammenhänge. Bieten diese realhistorischen Begebenheiten entsprechende Anknüpfungspunkte, liegt es nahe, sie entlang dieser narrativen Muster anzureichern und typologisch weiter aufzuladen. Insofern wirken sie in der Geschichtsschreibung nicht einfach nur als Deutungsmuster zur Plausibilisierung des Geschehens, sondern wirken bei der ereignisgeschichtlichen Konstruktion produktiv gleichsam schöpferisch mit. Dazu ein Beispiel aus späterer Zeit. Während des sogenannten tollen Jahres von Erfurt, also damit wird der Aufstand der Erfurter Bürgerschaft 1509 und 1510 gegen die Ratsherren bezeichnet, sollte der Vierherr Heinrich Kellner nach langer Folter schließlich am 28. Juni 1510 hingerichtet werden. Es war allerdings zu dieser Zeit kein Henker in der Stadt anwesend und es ließ sich auch keiner auftreiben. Schließlich, so will es zumindest die chronikalische Überlieferung, fand man einen Hirtensohn und Müllersknecht aus dem nahegelegenen Schwerstedt, den man, obwohl völlig ungeübt, für einen Lohn von 13 Gulden mit dem Vollzug der Hinrichtung betraute. Er hieß Andreas Kellner oder Kellner, hatte also quasi denselben Familiennamen. Diese Namensgleichheit verklärten Historiografen und auch andere Naturen bereits wenige Jahrzehnte später zu der Behauptung, er sei ein Gefatter, also ein Verwandter des Delinquenten gewesen. Und Heinrich Kellner hätte ihn selbst erst ein Jahr zuvor für 36 Schock dem Grafen von Schwarzburg zu Arnstadt vom Galgen erkauft, also vor dem Vollzug der Todesstrafe bewahrt. Und nun, so ein Bericht über die Ereignisse wörtlich, gab er ihm hernach solchen Dank zu Lohnen. Der einst vom Galgen abgekaufte führte nun ausgerechnet seinen Erlöser an den Galgen. Der Erlöserbegriff hat in dieser Vorstellung freilich auch christologische Implikationen, denn, und dieser Vergleich wird hier in den Quellen teilweise auch explizit gezogen, auch Gott sandte einst seinen Sohn zum Heil der Welt, die ihn allerdings schmähte, schändete und tötete. Abstrakter gesagt, hier wird das Motiv des Retters aufgerufen, der in und durch seine Rolle als Retter seinen eigenen Untergang bewirkt, weil die Erretteten ihm Undank löhnen. Also, so wirkmächtig war dieses Motiv, dass es noch im 16. Jahrhundert die Historiografen beeinflusste und eine ähnliche Schablonhaftigkeit müssen wir für das Cäsarius-Kapitel annehmen. Doch es stellt sich die Frage, warum der Errettete in seiner Geschichte ebenso agiert, warum er so aus unserer Sicht dumm handelt, gleich nach seiner abgewendeten Hinrichtung wieder straffällig zu werden. Um das zu ergründen, werfen wir noch einen Blick auf ein anderes Kapitel, nämlich aus der 7. Distinktion über die Heilige Maria, das Kapitel 58 von einem Räuber, dem nach seiner Enthauptung ein Begräbnis in der Kirche, man könnte noch ergänzen, durch Maria bereitet wurde. Das ist ein etwas längeres Kapitel, das ich hier ganz stark kondensiere. Also ein Mönch des Zisterzienser-Ordens wird von einem berüchtigten Räuber aus der Nähe von Trient genötigt, ihm zu folgen. Der Mönch versucht ihn zu bekehren und tatsächlich gelingt es ihm, den Räuber davon zu übernehmen, zu überzeugen, dass sein Seelenheil noch nicht verloren sei. Nämlich indem er einen Tag in der Woche zu Ehren Mariens fastet, sodass diese bei ihrem Sohn Gnade für ihn erwirken wird, könnte er errettet werden. Der Räuber gelobt das, tut an jenem Samstag, den er sich auserkoren hat, nicht nur nichts Böses, sondern rettet viele, die seine Genossen berauben oder töten wollten. Naja, rührende Geschichte. Allerdings wird der Räuber an jenem Tag, wo er unbewaffnet war, gefangen genommen. Allerdings widersetzt er sich dem auch anderweitig gar nicht. In die Stadt dann gebracht, verurteilt man ihn zum Galgen, aber die Richter sind von der Schönheit seines Leibes bewegt, bereit die Todesstrafe in einen Landesverweis umzuwandeln. Das wäre also ein Begnadigungsakt. Der Räuber allerdings lehnt das ab mit den Worten, es sei besser, wenn er hier seine Sünden sühnen würde, als in der Zukunft. Als sie ihn dennoch zum Enthaupten, also zu einer ehrlichen Todesart verurteilen oder auch wieder begnadigen, antwortet er, und hier zitiere ich mal die an der Stelle wunderbare Übersetzung von Nöskis und Schneider, wie meine Hinrichtung geschieht, ist mir gleichgültig. Hauptsache, ich werde hingerichtet. Das geschieht dann auch, der Räuber bekennt noch öffentlich seine sämtlichen Sünden, wird enthauptet, an der Richtstätte begraben, jedoch auf Geheiß Mariens, in der Kirche, wie ein Märtyrer schließlich bestattet. Damit ist dieser Verbrecher die positive Gegenfolie zum Dieb in unserer Ausgangsgeschichte. Er stieg in dieser Überzeichnung vom Täter zum Quasi-Heiligen auf. Und zwar einerseits durch die Reue, die der Mann aufrichtig zeigt, andererseits aber vor allem gerade und nur scheinbar paradoxerweise durch die Hinrichtung. Der Mönch erklärt dazu in dem Kapitel, dass er durch diese irdische Strafe, die er freiwillig und geduldig erträgt, der Strafe des Purgatoriums entgeht, also des Fegefeuers, das man ja im Christentum seit dem 12. Jahrhundert, zumindest in der römischen Kirche, als festen Glaubensbestandteil angenommen hatte. Denn Gott strafe eine Sünde bei auferlegter und auf sich genommener Buße nicht zweimal. Der Vollzug der Todesstrafe war nach mittelalterlichem Verständnis das einzig angemessene Maß dieser Buße. Die gerechte Strafe zu erleiden und zu erdulden war Teil der Versöhnung mit Gott. Sie ersetzte also die drohende Verurteilung im jüngsten Gericht. Liest man mit diesen theologischen Verständnishintergrund nun das Kapitel gegen den Strich, kann man durchaus auch zu einem anderen Verständnis kommen, als man das vielleicht auf den ersten Blick herauslesen würde. Durch das Lösen vom Galgen wurde dem Dieb die Möglichkeit genommen, angemessen für seinen Verstoß gegen das siebte Gebot zu büßen. Deshalb hat Gott ihn dazu verleitet, weiterhin seinem diebischen Treiben zu frönen, sodass er freilich über einen gewissen Umweg am Ende doch noch erfolgreich hingerichtet werden kann. Auch wenn es in modernen Uhren makaber klingen mag, die weltliche Strafe des Erhängens ist in dieser Lesart nicht eine bloße Vergeltung, sondern für den Sünder auch die Möglichkeit zur Errettung seiner Seele. Die Reformation veränderte diese Deutung der Todesstrafe hin zu einem Exempel und zur Besserung der anderen. Nach dem Sola Grazia Prinzip konnte allein die Gnade Gottes und kein Handeln und auch kein Leiden von den begangenen Sünden reinigen. Und dennoch musste etwa noch 1616 der protestantische Nürnberger Pfarrer Hagendorn einem Dieb, der auf der Leiter zum Galgen stehend verkündete, dass er nun in Kürze für seine Sünden büßen werde, entschieden erklären, dass Herr Christus bereits für ihn gebüßt habe und er seine Seele nun seinem himmlischen Vater befehlen möge. Doch für unsere im 13. Jahrhundert niedergeschriebene Geschichte gilt genau das nicht. Indem Gott dem Dieb die Chance gibt, seine weltliche Strafe am Galgen auf sich zu nehmen, rettet der Galgen letzten Endes in dieser theologischen Vorstellung sein Seelenheil. Damit war er ein durchaus ambiges Zeichen. Das gilt bemerkenswerterweise auch für die Zahl 7, deren Symbolik mit dem Galgen eben aufgrund des siebten Gebotes verknüpft wurde. Sie impliziert freilich durch die sieben Todsünden einerseits die Sündhaftigkeit, andererseits schließt sich aufgrund der sieben Tugenden aber auch die Idee der Heiligkeit darin ein. Nun, von einem Lob des Galgens zu sprechen bleibt aus Sicht des Delinquenten im Todeskampf freilich zynisch. Für unseren mittelalterlichen Autor hingegen liegt das alles andere als fern. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, baue hier noch kurz den Werbeblock für meine anderen Videos zu linguistischen und historischen Themen und meinem Kanal ein und verabschiede mich damit einstweilen. Ich bin ein ganzes Mal. Ich bin ein ganzes Mal.